Es ist natürlich die Frage, was sonst noch für Videos auf dem Kanal sind. Aber ansonsten ist es natürlich gut gemacht, sind wir uns klar. Glückwunsch an diesen jungen Herren, an Jan, glaube ich, heißt der. Tolles Video. Jan oder Mother Nature? Eins von beiden. Weiß man nicht genau. Saasgrund, Graseried. Schöne Orte, aber jetzt mach mal. Ich bin genug hier durch die Alpen geflitzt. Sind die Alpen? Ich glaube, es hat viel, aber nicht so viel. Das würde ich auch, also, weiß nicht. Ich glaube, es sind 11.500. Weißt du, für Likes das Leben so aufs Spiel setzen, auf so eine Felskante zu steigen, irgendwann fällt sie. Irgendwann fällt auch ihr. Aber dann heißt es aufstehen. Sachen packen. Weitermachen. Immer nach vorne. Die Musik ist zu leise. Ich geh nach vorne. Jetzt kommt sie lauter. Ja, jetzt kommt sie lauter. Ich geh nach vorne. Auf, auf die Spitze. Ihr seid am Boden. Packt euch an den Hoden. Rauf, rauf, auf den Berg, doch innerlich komm ich runter. Ich bin mindestens ganz bei mir, bei Mother Nature. Egal wo ihr seid, ich bin ein paar Stufen drüber. Ich spiel über der Welt, bin die Wolken meiner Brüder. Die Wolken meiner Brüder. Hey, das ist ein ungeschriebenes Hip-Hop-Gesetz, dass man nicht nach dem Rap-Part sagt, what the fuck? Sag mir deine erbärmliche Schätzung. Ich bin el, der Mond bei Maschiner, der Wal